Das war wichtig in so einer Baustelle ist die Ordnung. Die Sicherheit bedeutet heute die Gerüste. Das sind ganz wichtige Sachen, die schlimmsten Unfalle. Super, super, die haben das wirklich gemacht. Warum haben wir da mehrere Jahre, das haben lange, da müssen wir laufen. Das ist der Kran. Warum der Kran, das sagen wir heute auch alles. Ich habe ein paar Mal den Kopf angekommen und das ist nicht so gut. Das ist auch ein lustiger Bub. Guten Tag. Wie geht es noch? Geht es selber? Ja, mit uns geht es immer gut. Der Kranister ist der wichtige Teil. Das ist eine wichtige Sache. Die Ordnung, Sicherheit. Wir arbeiten zusammen mit uns zusammen. Wir arbeiten zusammen mit uns zusammen. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es Vittorio? Wie geht es Vittorio? Vittorio, wie lange hast du mit uns gearbeitet? Es ist 12 April. Im nächsten Jahr sind wir 15 Jahre. 15 Jahre, was du mit uns gearbeitet hast. Ja, das ist auch ein altes. 14 Jahre, was du mit uns gearbeitet hast. Wir haben immer nur alte Fuchs. Kann ich gerade fragen, wie sind die neuen Elemente? Tipptopp. Besser als die alten. Ja, das sind wir auch schon mit der Frau. Die neuen sind besser. Ja, und du? Ciao, bello. Come va? Bene, du? Alles in Ordnung. Ja, wir gehen immer tipptopp. Wie heißt du? Sebastian Leichner. Das ist ein wichtiger Teil von uns. Der Vorarbeiter, was du organisierst. Jetzt kommt bald Weihnachten. Wir müssen schauen, dass jetzt bis Weihnachten noch kein Unfall passiert. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dass alle Flut heim können, unsere Familie. Ja, so läuft es bei uns. Das ist euch ein wichtiger Teil. Wir kennen uns jeden Abend zu Hause mit diesen Schnucklinien. Mit meinen, die du immer reklamierst. Aber die Frauen sind das so gemacht. Das ist fast wie ein Rapper. Guten Tag, wie geht's noch? Gut, geht's selber. Bitte, wir haben nicht überpasst. Halt, halt. Jero-Marie-M-Diose, du. Hey, hey. Tag, du hast mir fast drüber gefahren. Hey, Jero-Marie-M-Diose. Und dieser hier ist ein guter Bub. Waliser Power. Ulrich im Boden AG. 8. Ich bin ein guter Buben AG.